Ok Gut Du kommst auch her Wird sie nicht versteckt hier Was ist das? Ja Okay. Muss ich wieder ein bisschen aufschütten. Ja, ja, klar. M. What should I do? Oh. Oh. So, jetzt kann ich mich glücklich hier um dich kümmern. Und, time to say goodbye. So, die Scheinstatung wieder raus. So, aber jetzt lasst mich mal am Ärmste ziehen. Und jetzt drei Sechsen bitte. Oh ne, sieben Uhr war's. Sorry. Okidok. Jetzt kann man, dann haben wir das Ding zu. Oh. Oh, vielleicht haben wir das Ding hier. Oh. 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 Und... Make sure to point... Ja, ist so hier. dann nenne ich hier noch einen so ein ähm soo er hält sich rein ok ok, letzte Kammer so war das nicht geplant oh oh wie soll ich mir das schon wieder gedacht ach und da kommt jetzt Giftgas raus ja ich bin ja hier am beeilen ja 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 da ist es ja 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 Na Bernd, wo bleibste? Jetzt kommt der Skodell hier und auf die Rangeln. Ich will doch... Jetzt kommt der Skodell. Ja komm lass mich halt mal rum So einer fehlt noch wo ist der letzte Drecksack Oh bye bye Ah sind wir doch gleich da Achso ne wir sollen da rein ok Ah das war doch Taktik hier Echt jetzt? Das hat nicht mehr gut Die Schweinerei das das nicht mehr gezählt hat So geht's auf? So geht's auf? Servus da bin ich wieder Was soll denn da hinten sein? Beginnbarer Kleiderschrank oder was? Ja so in der Art auf jeden Fall Tüdelü Tüdelü Ei 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 wo ist Simmer denn? Ey so viel Sand lag da vorher nicht mehr ich hab aufgeräumt Holy shit Was hier denn ihre? Huh Wow Wo A Wann muss jeder Geist so einfach den Abfuck sein ey? Harte ich mit euch Ich ziehe das Gesicht weg Da Okay, da muss ich dann so springen, oder? Okay, jetzt kommen wir wieder. Wie soll ich da rauskommen? Okay, da muss ich da rauskommen. Okay, die ist auf jeden Fall schon ein anderes Kaliber wie die ganzen anderen. Die waren doch schon auf dem Boden. Oh, fuck yourself. Echt? Ich darf noch nicht über das Regeln laufen? Und was ist das denn von Blutzyn? Jetzt seid ihr da raus. Ich bin da gegen Frauen vertrieben, aber wenn du so viel so alt bist, gehörst du wieder in die Urne. So, Gesicht weg. Wie soll ich eine Aiming-Faust? Ich bin da raus. Ich bin da raus. Ich bin da raus. So, wenigstens wieder ein bisschen Leben. Wie soll ich denn dagegen ankommen? Ich bin da raus. Wie soll ich denn da noch wegsaugen? Wie soll ich denn da rauskommen? Wie soll ich denn da rauskommen? Na komm, wo bleibst du? Na komm. Na komm. So viel sein kann ich auch wieder mit dabei. Geht doch! Na komm. Ab in den Stark wieder. So, ab in die Urne. Tschüss. So, Stockwerk 11 wahrscheinlich. Okay, die war aber echt für ihr. War die schwerste bis jetzt. Na gut, haben wir das auch schon geschafft. So, in der Mitte nicht mehr draufklicken. Kommt unten. Ja. Ist es vielleicht noch? Ne. Okay. Dann rufen wir uns den noch. Ja. 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 Ja.